Musik Die Fertigungsfläche liegt bei 1650 und die Bürofläche bei 1250, also nahezu eine Verdoppelung der Flächen. Das heißt, keiner möchte mehr sehr lange auf den ersten Prototypen warten. Es geht nicht nur um die Serienlieferungen, sondern wirklich um, wenn eine Konstruktion fertiggestellt ist, auch sehr schnell einen Prototypen zur Verfügung stellen zu können. Musik Ja, herzlich willkommen zur offiziellen Einweihungsfeier, zu unserem neuen Gebäude hier in Isselnacht. Applaus Musik Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020